Harry sagt guten Tag, heute am 5. September 2020. Es ist kurz nach 12 Uhr mittags, wir haben 26 Grad, wir haben hier oben leichten Wind. Wir haben Sonne pur, bis vor kurzem hatten wir noch Wolken hier in Maspalomas, aber der Wind hat sie wohl weggetrieben. Ja und Sie sehen selber, es ist ein bisschen was los am Strand. Hier sehen Sie, so wie am Wochenende eigentlich immer besucht. So und hier sind auch die Vorbereitungen im vollen Gange, Supermarkt ist offen, zwei Kleinen dann das Café-Restaurant. So, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Ja, der Wind kommt jetzt genau entgegen und deswegen wird es ein bisschen laut werden. So, dann dreh ich mich mal mit dem Wind. So, dann gehen wir mal ein Mikro-Lasser. So, dann gehen wir mal ein Mikro-Lasser. So, und mit diesen Aufnahmen verabschiede ich mich dann auch wieder für heute. Ach, ist da mein Lerner? So, dann gehen wir mal... Vielen Dank.